ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem youtube kanal chris thailand schön dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines news update für euch vorbereitet heute am 9 juli 2022 und ich würde sagen wir starten direkt mit dem ersten artikel da berichtet thailand.info mit quellenangabe bangkok post ministerium optimistisch über eine erholung des bad bangkok das leistungsbilanzdefizit wird voraussichtlich schrumpfen wenn der tourismus wieder auflebt und die zentralbank die zinsen erhöht das finanzministerium erwartet dass sich der wert des bad in der zweiten hälfte dieses jahres im einklang mit der erwarteten verringerung des leistungsbilanzdefizits erholen wird sagt eine quelle des ministeriums die um anonymität bad der artikel geht noch ein bisschen weiter die links zu den artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der beschreibung wenn ihr euch das noch mal in ruhe durchlesen möchtet dann habe ich einen artikel rausgesucht vom wochenblitz.com mit quellenangabe nation thailand.com thailands echte covid zahlen weit höher als berichtet bangkok die tatsächliche zahl der covid 19 infektionen in thailand könnte bei mehr als 78.000 patienten pro tag liegen und den menschen wurde geraten sich und ihre familienangehörigen zu schützen in einem facebook post vom freitag wies dr tira professor der chula longhorn universität darauf hin dass das gesundheitsministerium nur infektionen meldet die durch einen rt pcr test bestätigt wurden dies sind etwa 2000 fälle pro tag aber die zahl der noch nicht bestätigten infektionen liegt weit darüber auch der artikel geht noch ein bisschen weiter ja was sagt ihr zu dem ganzen schreibt mir doch mal gerne eure meinung zu den vorgetragenen themen in die kommentare das war es auch schon wieder von dem news update wenn euch meine videos gefallen dann würde ich mich freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lasst den kanal abonniert ich bedanke mich fürs zuschauen und sag bis zum nächsten mal bleibt alle miteinander gesund macht's gut